Es war ein sonniger Vormittag in München und die Spannung lag förmlich in der Luft. Florian Silbereisen und Beatrice Egli hatten überraschend zu einer Pressekonferenz geladen und niemand wusste genau, was sie verkünden würden. In den letzten Wochen hatten die Gerüchte und das Paar zugenommen. Waren sie tatsächlich ein Liebespaar? Oder handelte es sich nur um eine geschickte Pr-Kampagne? Die Neugier der Öffentlichkeit war enorm und die Kamerathems und Journalisten, die sich in dem großen Saal eingefunden hatten, spiegelten dies wieder. Die ersten Minuten der Pressekonferenz waren geprägt von Flüstern und spekulativen Blicken. Florian Silbereisen erschien zuerst. Mit einem eleganten, dunkelblauen Anzug und seiner charismatischen Ausstrahlung zog er alle Blicke auf sich. Doch heute wirkte er anders. Seine Schritte waren langsamer, sein Blick konzentrierter. Man spürte, dass dies ein bedeutender Moment für ihn war. Kurz darauf betrat Beatrice Egli den Raum. Sie trug ein schlichtes, aber elegantes weißes Kleid, das ihre natürliche Schönheit unterstrich. Ihre Bewegungen waren anmutig, aber auch sie wirkte sichtlich nervös. Ein stilles Lächeln huschte über ihr Gesicht, als sie Florians Hand nahm. Florian begann mit einer einleitenden Bemerkung, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Wir wissen, dass es in den letzten Wochen viele Spekulationen gab, und wir möchten heute Klarheit schaffen. Die Spannung im Raum war förmlich greifbar. Die Anwesenden hielten den Atem an, während Florian fortfuhr, Manchmal gibt es im Leben Momente, die man mit der Welt teilen möchte, weil sie so besonders sind. Heute ist einer dieser Momente. Beatrice ergriff das Wort. Mit einer sanften, aber festen Stimme sagte sie, Florian und ich haben uns in den letzten Monaten besser kennengelernt, als wir es je für möglich gehalten hätten. Und ja, wir haben uns verliebt. Ein Raunen ging durch die Menge. Einige Journalisten schrieben hektisch mit, andere zückten ihre Kameras, und diesen Moment festzuhalten. Doch das war nur der Anfang. Florian lächelte Beatrice an und fügte hinzu, Es war nicht immer einfach, die Gerüchte um uns zu ignorieren. Aber wir wollten uns die Zeit nehmen, und herauszufinden, was wir füreinander empfinden. Und wir sind uns einig, es ist echte Liebe. Die beiden hielten sich an den Händen, während die Journalisten begannen, Fragen zu stellen. Eine der ersten Fragen lautete, warum haben sie so lange gewartet, und ihre Beziehung öffentlich zu machen? Beatrice antwortete, wir wollten sicher sein, dass das, was wir haben, echt halber ist. Es ist nicht leicht, im Rampenlicht zu stehen und gleichzeitig eine Beziehung aufzubauen. Aber jetzt fühlen wir uns bereit, diesen Schritt zu gehen. Doch die wahre Überraschung des Tages stand noch aus. Nach einer kurzen Pause nahm Florian erneut das Mikrofon in die Hand. Mit ernster Stimme sagte er, es gibt noch etwas, das wir Ihnen mitteilen möchten. Etwas, das unser Leben für immer verändert hat. Die Anwesenden hielten den Atem an. Was konnte das sein? Beatrice lächelte Florian an, bevor sie die Nachricht enthüllte, ich bin schwanger. Ein Moment der Stille folgte, bevor die Menge in Applaus ausbrach. Die Kameras blitzten, und die Journalisten riefen Fragen durcheinander. Florian legte einen Arm und Beatrice und sagte, wir könnten nicht glücklicher sein. Dies ist ein neues Kapitel in unserem Leben, und wir freuen uns darauf, es gemeinsam zu erleben. Die Reaktionen auf diese Ankündigung waren überwältigend. Viele der Anwesenden gratulierten dem Paar spontan, und in den sozialen Medien explodierten die Kommentare. Fans aus aller Welt schickten ihre Glückwünsche, und der Hasshutag Florian und Beatrice begann sofort zu trendieren. Florian erklärte weiter, dass sie die Schwangerschaft so lange wie möglich privat halten wollten, und Beatrice vor unnötigem Stress zu schützen. Aber jetzt, da die Nachricht draußen ist, hoffen wir, dass sie uns den Raum geben, diese besondere Zeit zu genießen, sagte er. Beatrice fügte hinzu, wir wissen, dass das Interesse an uns groß ist, aber wir bitten und verständnis, dass wir nicht alles teilen können. Die Pressekonferenz endete mit einem emotionalen Moment. Florian blickte Beatrice tief in die Augen und sagte, du bist die Frau meines Lebens, und ich verspreche dir, immer an deiner Seite zu sein. Beatrice kämpfte mit den Tränen und antwortete, und ich weiß, dass unser Kind den besten Vater der Welt haben wird. Als die beiden den Raum verließen, waren die Anwesenden noch immer in Aufruhr. Diese Pressekonferenz hatte alles übertroffen, was sie erwartet hatten. Florian Silbereisen und Beatrice Egli hatten nicht nur ihre Liebe öffentlich gemacht, sondern auch die Nachricht von einem gemeinsamen Kind geteilt ein Moment, der die Herzen ihrer Fans noch lange bewegen wird.